Hey Leute, ich bin's wieder, euer Mehmet Okay, der beste Busfahrer von Quilling Reisen. Hey Leute, ich hab mich extra für euch, nur für euch. Leute, hab ich mich auf dem Weg nach Norddeutschland gemacht. Ich stehe jetzt hier vor einem Recyclinghof und ich sehe einen Bus, der wahrscheinlich bald verschrottet wird. Hey Leute, ich hab wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wer der Hersteller ist, was für ein Baujahr das ist. Ich weiß überhaupt nichts. Aber ist ja nicht schlimm, ich hab ja euch als Community. Schreibt's mir doch bitte einfach mal in die Kommentare. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, um was für ein Bus es sich handelt. Hey Leute, danke. Hey Leute, ich weiß auch ganz genau, ihr wollt immer gerne Motorsounds hören. Die Getriebesounds. Deswegen bin ich jetzt einfach mal ganz kurz ruhig, dann könnt ihr ja mal ein bisschen was hören. So, Leute. Ich denke mal, ihr habt den richtig geilen Megasound gehört. Fandt ihr den auch so geil wie ich, dann schreibt's doch einfach mal in die Kommentare. Ja, es ist echt wichtig, dass ihr was in die Kommentare schreibt. Und bitte, bitte, bitte auch liken. Vielen, vielen lieben Dank, ihr Leute. So, jetzt sollen wir aber ganz schnell mal das Thema wechseln, weil ich wollte mich bei euch auch nochmal bedanken für letztes Jahr. Ihr habt so viel und so viel geile Sachen in meinem Fanshop gekauft. Wirklich mega geile Sachen. Leute, ihr habt mich überrannt. Ich hab wirklich mir richtig viel Mühe gegeben. Richtig schöne Tassen und richtig schöne Puzzle mit den hässlichsten Bildern, die ich jemals in meinem Leben machen konnte. Und ich hab alles gekauft. Ich find das total geil. Hey Leute, jetzt zeig ich euch nochmal ein paar Innenraumaufnahmen. Ach so, bevor ich's vergesse, es gibt demnächst einen neuen Merchandising-Artikel von mir. Corona macht's möglich. Und zwar bedrucktes Toilettenpapier mit meinem wunderschönen Gesicht drauf. Da macht es doch richtig Spaß, sich den Hintern abzuwischen. Also, ich würde jetzt schon mal bestellen, damit Weihnachten wenigstens rechtzeitig bei euch zu Hause ist. Ne, macht's gut. In dem Sinne, euer Mehmet OK. Hallo, lieber Mehmet OE. Wir schämen uns ein bisschen, dass wir dich nachgemacht haben. Das sollte alles nur ein Spaß sein. Deswegen entschuldigen wir uns bei dir. Wir hoffen, dass du es bald schaffst, die 100.000 Abonnenten bei YouTube zu knacken. Deswegen haben wir deinen Kanal in den Beschreibungen verlinkt. Viel Glück! So, jetzt sind wir auch leider schon am Ende des Videos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Kommentiert es, wir antworten euch persönlich. Und wie das mit dem Abo geht, das wisst ihr. Jetzt am Ende habt ihr noch die Möglichkeit, euch eine Playlist anzuschauen. Ein von uns empfohlenes Video. Und wenn ihr in die Mitte klickt, seid ihr direkt in unserem Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.